noch mal schauen wie die runde wird das war ich mal nie ich glaube ich habe doch nicht immer auf dem heil sogar mit katzenschwanz sicher jetzt erst gegner also bei dir oder ich komme ich bin unterwegs paula direkt rausgegangen der arsch das ding habe ich da hingeschmissen also man hat den eigentlich ich dachte der hat sich geschmissen ich habe da hingeschmissen aber habe den somit irgendwie eingesperrt und dann konnte ich den killen habe ich wieder nur zwei habe ich wieder zwei du hast wieder nichts da war ich denn weil bei mir statt assistenz kill weil du den einmal gekillt hast deswegen aber es ist denn auch wichtig ich weiß gar nicht ob hier noch viel loot ist keine ahnung warte paula ich habe noch ein schildtrank zum erstmal zur hälfte gefüllt sehr gut hier bei mir kommen oder nehmen das ist nämlich gerade durch die tür gekommen da wurde bei mir angerechnet sehr schön da war auch da ich habe total scheiße geschossen die müssen aber gerne mal gucken was ich finde waffe nebenan Ja gut, das bin ich besser als du. Das ist doch gut so. Ich freue mich über jeden Schoßkill, den jemand macht. Weil, das unwichtig ist, wer sie macht. Nein, ich lasse mir ein schweres Sturmgewehr. Weil ich merke nämlich, die schweren Sturmgewehre sind bedeutend ein bisschen mit den Schorten besser als die normalen finde ich, Paula. Ja, das ist, das ist ja, ich habe das auch ein bisschen probiert. Also das, ich weiß es nicht genau. Also man muss das, aber im Prinzip kannst du eben mal, ich nehme das, was ich kriege. Was kriege ich hier? Nichts. Nichts Gescheites. Vier! Der Obst hat schon vier Kills gemacht. Nein. Und da unten liegt das. Oh, darf ich stehen? Da sind Gegner. Ja, da wird auch die gefaltet, oder? Gehst du ran? Ich bleib hier weiter ein bisschen hinten. So, ich geh mal ein Stück mehr noch. Super. Da haben wir gut aufgeräumt. Aber hier war noch irgendwo einer. Warte, ich nehme die, ich nehme die Pistole. Ich gehe mal im Gebäude gucken. Vor allem mal kurz stehen bleiben. Ich stehe. Hör nämlich nach. Hörst du auch noch was? Ich habe jetzt gerade mal das Shotgun gewechselt. Ich denke mal, wenn es so weiter geht, vielleicht ist es ein Video, was ich hochläuten werde. Da ist einer. Der haut ab. Dann pushen wir hinterher. Hab ihn. Oh, ich nehme gleich mal einen Raketenwerfer. Wie. Oh, cool Kiste. Jetzt, wenn wir keinen Schildtränker brauchen, kriegen wir Schildtränker. Ja, das ist immer dasselbe. Fünf zu fünf, diesmal. Ich hole auf. Martin, du läufst im Kreis. Du willst sehen. Dann laufen wir mal Richtung Farben. Dann laufen wir mal Richtung Farben. Dann sieht es wieder besser aus. Jetzt sind wir unter den letzten 25. Ja. Jetzt ist ein Schalke-Sturmgewehr. Hier oben liegt eins. Oh, hier ist ein großer Schildsaft hier. Willst du den haben? Schildtränker auch noch? Ja, scheiße. Was nehme ich dich wieder weg? Ja, das ist immer das Problem. Das habe ich auch. So. Weil dort ist nämlich auch noch ein Schild dran gewesen. So. Ich habe keine Ahnung. Da hinten entgegne. Warte, ich komme zu dir. Aber jetzt ohne Buschsturm und kein rennender Busch. Da ist er. Schaffst du ihn? Haben ihn. Haben ihn. Drei Schüsse mit dieser Pistole. Geil, ey. Und jetzt habe ich auch noch einen MG hier. War er alleine oder war da noch jemand? Der war alleine. Gut. Da unten ist noch was Goldenes da unten. Irgendwas liegt da noch. Dynamit und so ein Zeug. Äh. So. Nehmen wir mal ein blaues Schießeisen mit. Ich könnte noch, äh. Ach, Schießeisen ist gut. Ich hatte drei Schüsse mit. Da war der Down. Ähm. Ich brauche was mit Visier, weißt du. Dieses Sturmgewehr mit Visier, wenn er das irgendwo liegen will. Da war jetzt noch eine Kiste. Da war nur ein Pistolechen drin. Na so oder so müssen wir, kann man jetzt hier bleiben, weil die Zone ist eh hier in der Nähe. Dann geh mal auf den Markierer da von mir. Was ist denn das hier? Das ist nix. Na ja, Ausdruck, Herr Bohm. Hier hinten, oder? Ja. Ich hab die Ene markiert. Ah, sehr gut. Die ist gut. Sehr gut. Hat zwar wenig Schuss jetzt im Moment, aber wofür brauchen wir Munition? Wir können die ja auch anschreien, da zu umfahren. So, jetzt wird es so. Irgendwie sind wir doch da, wo wir eben waren, ne? Irgendwie. Da drüben wird gefeiert, Paula, wo ich das gerade hier laufe. Komm, aber mach langsam. Warte erst, bis ich da bin mit dem Angriff. So. Da hinten. Ich geh noch ein Stück weiter. Lass uns noch ein bisschen warten mit dem Angreifen. Lass die sich erst noch ein bisschen, ein bisschen bekriegen. Sieht aber geil aus, wie die da rumhüpfen. Jetzt. Das war's. aber das haben wir richtig gut gemacht hatte zum richtigen zeitpunkt feine aber chirurgisch das ist wie das chirurgische abgesprochen so das war richtig gut ich muss doch die 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 goldene pistole lass die mal liegen die will ich mitnehmen die andere ist nämlich leer ich brauche noch ein bisschen mehr zeit hier die ich habe die eine weggelegt das wollte ich eigentlich nicht war eben gucken war egal da müssen wir mal ich bin gerade noch hier rein da liegt auch noch was rum macht man genauso wieder da haben sie auf jeden fall eine burg wieder gemacht willkommen lass abhauen ja lass abhauen komm ich bin nämlich nicht gut aus gerüstet ich habe 14 ich habe noch vielleicht 100 schuss insgesamt das ist viel zu wenig brauche unbedingt munition können wir aber immer noch wieder hin zurück erst mal sehen da ich ein bisschen was kriege hier unten ist noch ein häuschen wo man rein kann ich habe viel zu wenig munition wir messen dann zu oder so wieder zurück ja ich nehme den musch mal gerade an ich bin ich habe ist nix ist alles gut ich habe geschießen ich wurde auf jeden fall auch von hinten beschissen so markiert ja wenig wo hast du? markier mal den die sind da oben auf der berg ich muss aber bloß erstmal in deckung bleiben ja alles gut ich habe weder schild noch leben also noch groß leben ich habe schon wieder zu wenig munitionen die dürfen da kriege ich die nicht komm mit komm mit komm mit martin ne ich bin ich bin tot ja ich kann dich jetzt nicht wieder überleben na ja versuch du so weit wie möglich noch zu kommen ja wie der dritte war ganz gut ja passt halt nicht